Ich finde, Freude ist etwas Wunderbares. Ich habe nichts gegen Freude. Ich empfinde nur einfach keine mehr. Entschuldigung, aber weshalb sind wir eigentlich hier? Um was zu essen oder zu trinken? Ich krieg nämlich richtig Hunger. Haben Sie irgendwas im Kühlschrank? Das ist Ihr Kühlschrank, Tillmann! Und bei der Arbeit bin ich eine was? Eine intellektuelle Furie, wo meine Kollegen beugen sich von meinem enzyklopädischen Wissen. Ich bitte Sie bitten, mich zu küssen. Ich habe nämlich, glaube ich, recht, wenn ich sage, dass wir Frauen immer weitermachen können. Ewig weiter und weiter und weiter. Wohingegen Männer gerne schlafen. Also, wir sollten jetzt gehen. Nein, nein. Wir bleiben. Ich Ich Was macht das für heute?